Herz und Trünig an Den Dinger im Vorhang Will Sandroh und Verspann Hallo zusammen, liebe Weltbild-Freunde. Ich bin Peter Reber. Und das war ein kurzer Ausschnitt aus einem meiner neuen Lieder von meinem neuen Album. Ich habe dieses Jahr nicht nur das Buch, sondern das Leben von Lieder neu aufgelegt bei Weltbild mit ein paar Ergänzungen. Es hat eine Best-Of-Ziele drin. Sondern ich habe eben auch ein neues Album gemacht, das am 27. September rauskommt. Ihr könnt es bereits bei Weltbild vorbestellen. Es hat viele neue Lieder getroffen. Am liebsten ganz mit dir allein. Ein lustiges Liebeslied, nicht nur mal Liedenschaft, sondern auch ein bisschen Humor. Und dann ein Lied, das ich für meine kleine Enkelin geschrieben habe. Das heisst «Blautertasche» und noch ein paar andere neue Lieder. Aber auch ein paar meiner Klassiker, die ich gerne noch mal neu aufgenommen habe. Und jetzt gehe ich dann auf Tournee. Am 23. Oktober bin ich auf dem grossen Jubiläumstournee. Es wäre schön, wenn ich euch im Publikum antreffen würde. Geht auf meine Homepage, wo die Konzerte stattfinden. www.peterreberkonzerte Und bis dann sage ich Bleiben gesund. Hört viel Musik. Zum Beispiel habe ich mein Herz auf die Bühne gelassen. Und bis dann 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 auf die Bühne. spünen.